Keus.de informiert über den Wasserkarbonathärte-Test, KH-Test, von Colombo. KH ist die sogenannte Karbonathärte. Der KH-Wert wird durch Verbindungen von Kohlensäure wie Bikarbonat und Karbonat gebildet. Das Gleichgewicht dieser Stoffe sorgt für einen stabilen pH-Wert, was der Gesundheit der Fische zugute kommt. Der KH-Wert bildet einen Puffer gegen Veränderungen des pH-Wertes im Wasser. Vor allem ältere Teiche neigen dazu, einen zu niedrigen KH- und pH-Wert zu haben, besonders, wenn zu wenig oder kein Wasser gewechselt wird. Ein optimaler pH-Puffer im Teich wird mit KH-Werten zwischen 6 und 8 erreicht. Bei einem KH-Wert über 12 wird auch der pH-Wert sehr hoch sein. Die Werte können Sie dann mit Colombo pH- senken. Ist der KH-Wert niedriger als 6, können Sie ihn mit Colombo KH-Plus erhöhen.